Musik Sind ja Sie Frauen geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Ja Aber jetzt sag doch Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Jetzt kommt ja erst noch Jetzt kommt ja erst noch Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sag doch Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sind es aber noch. Aber jetzt sagt doch. Hat er Ihren Platz zu Hause? Den habe ich noch, ja? Ich habe den Rab der Woche, der steht im Büro. Mach den Wind, weil du Arschloch. Außerdem macht der Kollege das dann auch gut und ich den einschätze. Auch noch lange. Wenn ich längst pensioniert bin, macht er das immer noch. Mach, 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 mach die Frequenz frei, du Arschloch. Sind ja Sie Frauen geschrieben, wir kennen es zwar schon, ja, wir sind es aber noch. Ja. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sind es aber noch. Jetzt kommt es ja erst noch. Jetzt kommt es ja erst noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sind es aber noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sind es aber noch. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sind es aber noch. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Das machst du heute nicht mehr. Elten macht das manchmal noch. Lisa Loch, das war ein Mädel, die heißt nun mal Lisa Loch. Zimmerfrei und die Wochenschau. Zimmerfrei und die Wochenschau. Harte Konkurrenz. Ich habe mich draußen vor die Tür gestellt und habe noch für die Kamera so eine Abmoderation gemacht. So nachdem man das nicht mehr so ein bisschen 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 mehr Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht noch nichts noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Es gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. Eigentlich müsste sich das aber doch regeln lassen. Jetzt kommen auch noch die Fels. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht noch nichts noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft ist da angespielt Mittwoch? Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Nacktliche Meto, korruptes Arschloch. Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen zwar schon ja, wie sieht es uns aber noch? Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen zwar schon ja, wie sieht es uns aber noch? Sind ja Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon ja, wie sieht es uns aber noch? Ja. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen zwar schon ja, wie sieht es uns aber noch? Jetzt kommt ja erst noch. Jetzt kommt ja erst noch. Wir kennen zwar schon ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Sind ja Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon ja, wie sieht es uns aber noch? Ja. Aber jetzt sagt doch. Jetzt kommt ja erst noch. Jetzt kommst du ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch. Aber jetzt sag doch. Untertitelung des ZDF, 2020